Manchmal hat man so den Eindruck, dass Europa schafft sich ab. Nicht bloß Deutschland. Europa schafft sich ab. Wenn hier und in Europa die eine Moschee nach der anderen gebaut wird, wenn in Köln eine solche Moschee gebaut wird, und dann, dort wo der Islam das Wort hat, alles ruiniert. Unsere kristliche Kultur, die Menschenrechte, die Geschickte, alles. Nur mir so, liebe Freunde, das ist kein gutes Zeichen. Es ist kein gutes Zeichen. Ich sage es nicht gerne, aber ich hoffe, so wie es weitergeht, dieser Indifferentismus, dieser Unglaube, Unglaube. Ich habe erwartet, dass das Christentum weltweit die Stimme erhebt und sagt, das dürfen sie nicht, manches darf man nicht, die Politik darf manches nicht, und vor allem das Gericht. Was hat denn ein Gericht mit der Kirche zu tun, mit unserer Geschichte zu tun? Ich möchte Sie bitten, diese Worte weiterzubringen. Ich werde an die Kanzlerin, Frau Kanzlerin schreiben und an den Bundespräsidenten. Man darf es nicht. Manches darf es nicht. Manche darf es nicht.